Ich will zu meinem Vater gehen und so nicht sagen, ich habe gesündigt. Ich will zu meinem Vater gehen und so nicht sagen, ich will zu meinem Vater gehen und so nicht sagen, ich habe gesündigt. Ich will zu meinem Vater gehen und so nicht sagen, ich habe gesündigt. Ich will zu meinem Vater gehen und so nicht sagen, ich habe gesündigt. Ich will zu meinem Vater gehen und so nicht sagen, ich habe gesündigt. Ich will zu meinem Vater gehen und so nicht sagen, ich habe gesündigt. Liebe Schwestern und Brüder, auf dem Weg zu Ostern nähern wir uns den heiligen Tagen der Karwoche. Dieser Sonntag bereitet uns schon vor auf die Botschaft der Hoffnung der Auferstehung. Öffnen wir unsere Herzen, um das Wort Gottes zu hören und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu feiern. und rufen wir sein Erwachen an. Wir sind jetzt ein Herz, um das Wort Gottes zu hören und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu feiern. Wir sind ein Herz, um das Wort Gottes zu hören und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu feiern. Wir sind ein Herz, um das Wort Gottes zu hören und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu feiern. Wir sind ein Herz, um das Wort Gottes zu hören und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu feiern. er wills, um das Wort Gottes zu hören und die Gemeinschaft mit dem Herrn zu feiern. Der allmächtige Gott erbarmen sich unser. Er lebe von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Musik Lass uns beten, Herr, unser Gott, Dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit Deiner Gnade aus Dir leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel im 37. Kapitel Deshalb tritt als Prophet auf und sagt zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn, Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Mein Herr ist dir Wohl, bei ihm ist der Bösung in Fülle. Mein Herr ist dir Wohl, bei ihm ist der Bösung in Fülle. Aus dem Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, mein Herr, höre doch deine Stimme. Lass meine Ohren achten, auch mein Fehler drum achten. Würdest du, Herr, die Sünden behalten, mein Herr, wer könnte bestehen? Noch bei dir ist Vergebung, damit verliebt er wohl den Krieg. Ich hoffe auf den Herrn, bis auf mein Gesicht, bin ich warte auf sein Gott. Meine Seele wandeln auf meinen Herrn, mehr als Wichter auf den Morgen. Ja, mir als Wichter auf den Morgen, Israel wartet auf den Herrn. Ja, er wird mich nur in der Bösung aus all seinen Sünden. Mein Herr ist dir Wohl, bei ihm ist der Bösung in Fülle. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Dank sei Gott. und mit deinem Geist aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, oh Herr. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht. Herr, sieh, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstaubenden, sagte zu ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißluferhöhlen. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Durch dieses heilige Evangelium nehme der Herr hinweg all unsere Sünden. Gott sei mir, oh Herr, für die geliebige Pärmigkeit. Gott sei mir, oh Herr, für die geliebige Pärmigkeit. Gott sei mir, oh Herr, für die geliebige Pärmigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, am Freitag waren wir voller Anfängnahme mit Papst Franziskusverein, der auf dem Vorplatz von St. Peter gebetet und dabei die ganze Welt umarmt und gesegnet hat. Dabei fragte er sich mit den Worten Jesu, warum wir noch solche Angst haben, warum wir die Menschen mit einem kleinen Glauben sind, aber die wissen, dass sie geliebt werden und dem Sturm den Herrn um Hilfe anfrehen können, während viele heute unter der Epidemie leiden. Das heutige Evangelium von Lazarus ist das Evangelium von einer schweren Krankheit, die zum Tod führt. Es ist das Drama, das viele in diesen Tagen der Corona-Krise erleben, teilweise ohne menschlichen Beistand, weil dies wegen der Ansteckungsgefahr vorgeschrieben sein muss. Doch dieses Evangelium von der schlimmen Krankheit endet nicht mit dem Drama des Todes und der Ohnmacht angesichts eines Übels, bei dem die Menschen überfordert sind und nichts bewirken können. Das heutige Evangelium ist eine Botschaft der Auferstehung, eine österliche Botschaft, dass für Gott nichts unmöglich ist, auch nicht angesichts einer tödlichen Krankheit. So hat es Papst Franziskus vorgestern betont. In Jesus kommt ihr Gott zu den Menschen inmitten ihrer Krankheiten und Leiden. Der Prophet Jesaja sagt, aber er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Ja, Jesus ist in die Welt gekommen, um unsere Krankheiten zu tragen und unsere Schmerzen auf sich zu laden, um uns vom Übel und der Macht des Todes zu befreien. Das ist die Freude des Evangeliums, die Hoffnung in der Verzweiflung des Todes, die so viele in diesen Tagen erleben. Jesus sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Die Krankheit führt für Jesus nicht dazu, sich zu distanzieren oder sich zu verschließen oder in theoretischen Diskussionen über die Schuldfrage zu führen. Sie führt ihn vielmehr dazu, zu beten, zu arbeiten, zu kämpfen, Freundschaft zu schenken, damit das Leben gewinnt und nicht der Tod. So wird Gott verherrlicht, so wird das Leben siegen und nicht der Tod. Liebe Schwestern und Brüder, schließen wir uns den beiden Schwestern Martha und Maria an, die zu Jesus schicken und um Fürsprache für ihren kranken Bruder bitten. Dies sind Tage der inständigen Fürbitte für unsere kranken Schwestern und Brüder, dass Jesus komme und eingreifen möge. Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Beten wir in diesen Worten, mit diesen Worten für die Kranken, die der Herr liebt. Denn er liebt alle Leidenden. Mit seiner grenzenlosen Liebe werden wir zu hartnäckigen Fürsprechern für alle Leidenden, auch für die, die unter der Übel des Krieges und der Gewalt leiden. Die Worte von Psalm 130, die wir in der heutigen Liturgie gesungen haben, helfen uns. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Mein Herr, höre doch meine Stimme. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als Wächter auf den Morgen. Denn beim Herrn ist die Hult, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Am kommenden Mittwoch feiern wir in unserer Gemeinschaft eine besondere Liturgie für alle, die an dieser Pandemie gestorben sind. Für alle auch, die Kranke gepflegt haben und dabei gestorben sind. Für Ärzte, Pflegekräfte, auch für Priester, einfache Leute, Frauen und Männer, die dem Wohl ihres Nächsten gedient haben und gestorben sind, aber auf ewig nicht sterben. Denn die Liebe lebt. Sie ist Leben. Wir können die Namen derer schicken, an die wir erinnern wollen und auch unsere Gebete, wie es auf der Homepage unserer Gemeinschaft in diesen Tagen angegeben wird. Das heutige Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Rebellion gegen jede Krankheit, gegen das Böse der Krankheit, das den Tod hervorbringen will. Mit allen Kräften kämpft Jesus, damit der Tod nicht mehr über die Menschen herrscht, damit er wirklich der gute Freund der Menschen ist. Er hört die bittere Klage der Schwestern. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist kein Vorwurf. Das ist eine Bitte, damit das unmögliche Möglichkeit möglich werden kann. Es ist das feste Vertrauen, dass Jesus dort etwas bewirken kann, wo die Menschen alle Hoffnung aufgeben. Jesus bleibt nicht gleichgültig. Er nimmt Anteil an der Trauer und an Kummer der Menschen. So sehen wir ihn vor dem Grab seines Freundes ganz ergriffen. Da weinte Jesus. Ja, Jesus weint über das Leiden und den Tod, über die bitteren Früchte des Todes, die so verbreitet sind in dieser Zeit. Und das Mitleid wird zur Aktion. Stark wie der Tod ist die Liebe, sagt das hohe Lied. Mit der Liebe, die stärker ist, als der Tod antwortet der Herr des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. So ruft er seinen Freund Lazarus aus dem Grab. Hezechiel sagt, ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Das Wort des Herrn erfüllt mit neuem Leben. Sein Wort ruft auch uns auf, herauszukommen aus der Verschlossenheit unseres Ichs, in die wir uns manchmal zurückziehen, wie in ein Grab aus Sorge und aus dem Willen, sich um uns selbst zu sorgen. Das Wort Jesu ruft uns heraus, erfüllt uns mit der Kraft des Herrn, damit wir mit ihm kämpfen, für das Leben, mit ihm arbeiten, das Leid verwandeln. Ja, liebe Schwestern und Brüder, der Herr braucht unsere Hände, er braucht unsere Worte, er braucht unsere Herzen für dieses Duell zwischen Tod und Leben, wie es in der Osternacht heißt. In diesen Tagen spüren wir mehr, dass das Leben nicht neutral ist, dass es einen Kampf gibt. Der Glaube an den Herrn erfüllt uns mit neuer Kraft, den wir in diesen Tagen mit Martha, der Schwester des Lazarus, bekennen. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Dieser Glaube ist unsere Stütze in dieser Zeit. Dieser Glaube schenkt Leben. Bitten wir den Herrn, dass er das Leid dieser Zeit in Auferstehung verwandeln möchte. Amen. Schwestern, wieder bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube, wenn Gott die Gefahr hat, die Einwältigen, die Störfere des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, belitten und der Pontius Pilatus, bekreuzigt, gestorbenen und überwarten, hinangestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auf der Schatten von den Toten, aufgefahren, lieben die Krippen, er ist zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort herkommen, zu richten die Gelegenen und die Toten. Ich glaube, in den Heiligen Geist, die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Schwestern und Brüder, in unseren Bitten und Anliegen, rufen wir zum Herrn des Lebens, im Vertrauen, dass er uns immer erholt. Herr Jesus, du hast vor dem Grab des toten Lazarus geweint und schaust mit demselben Mitleid heute auf das Leid vieler vom Übel heimgesuchter Menschen. Nimm alle in dein Reich auf, die nicht mehr bei uns sind. Beschütze die Kranken, die Bedürftigen und Schutzlosen. Öffne alle Herzen für die Hoffnung, damit sie mit dir zu einem neuen Leben erstehen können. Herr, wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, mit dem wir vorgestern im Gebet vereint waren, und für die ganze Kirche, die sich in diesen schwierigen Tagen voll Glaube und Hingabe auf die Zeit des Gedenkens an dein Leiden und deinen Sieg über den Tod vorbereitet. Stütze und behüte deine Kinder überall auf der Welt, die nicht aufhören, auf deine Barmherzigkeit zu hoffen und auf sie zu vertrauen. Herr, wir bitten für unsere Gemeinschaft, beschütze sie vor den Bösen und schenke ihr in deinem Namen die Kraft, überall Trost zu verbreiten, wo Leid und Verzweiflung herrschen. Öffne die Gedanken und Herzen aller, damit sie sich vom Schrei der Atmen und Verzweifelten betreffen lassen. Herr, wir bringen alle Kriege zu dir und bitten für alle einträchtig um Frieden. Wir bitten für die Länder Mittelamerikas, dass sie von Gewalt und Ungerechtigkeit befreit werden. Beschütze die vielen Flüchtlinge, die in Tappacula nach einer neuen Welt suchen, in der es Platz für alle gibt. Herr, wir vertrauen dir das Leben vieler älterer Geschwister an, die in Heimen leben und die wir jetzt nicht besuchen können, sodass sie jetzt noch mehr alleine sind. Beschütze sie, heile sie, tröste sie und stehe allen bei, die sich um sie sorgen. Götiger und barmherziger Gott, neige dein Wort an unseren Gebeten zu, auch den Bitten, die jeder von uns persönlich in seinen Herzen trägt und erhöre uns in deiner Güte durch Christus und seinen Herrn. Amen. EINHA Wir haben uns bei Geheimnis zu erzeichnen, Einheit und Frieden, warum bin ich der Ewig Herr? Herr, unser Gott, wir bringen die Gaben, wir bringen dir Brot und Wein, weil wir aus vielen Trauen gewonnen, wir bringen dir Brot und Wein. Schenke deine Kirche, lass diese Garten bei mir ein bisschen zeichnen, Einheit und Frieden, warum bin ich der Ewig Herr? Lass uns, Schwestern und Brüder, dass unser Opfer Gott in ein Mächtigen Pfade gehalten. Gehör, liebe das Opfer an, aus meinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Erweige Kirche. Erhöre uns, allmächtiger Gott, du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Löse. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit dem Heiligen Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasst uns danken, dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, ihr Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist Mensch wie wir, weint über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erwarnen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilige, 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 Heilige ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Ebenso nahm er nach dem alten Kelch, damit er wiederum reicht in seinen Jüngern und sprach, Nehmt und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in herrlich weit. Darum, Göniger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung Deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kerl des Heils ab. Wir danken Dir, dass Du uns berufen hast, vor Dir zu stehen und Dir zu dienen. Wir bitten Dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Mut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke Deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende Dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in Deiner Gnade aus dieser Welt geschieben sind, in Dein Reich auf, wo sie Dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme Dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem Heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit Deinen Aposteln, dem Heiligen Etidius und mit allen, die bei Dir Gnade gefunden haben, von allen Beginn der Welt, dass wir Dich loben und preisen, durch Deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist Dir Gott ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weise wagen wir zu beten. Vater, unser Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, ein mächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit Deinem Erwarnen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Ehrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke dir und unserer ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn seit alle Zeiten mit euch und mit deinem Geiste. Wir wünschen einander den Frieden, den unsere Welt so nötig hat, mit unserem Lied, dass wir füreinander singen. Friede des Herrn seit alle Zeiten mit euch und mit deinem Geiste. Friede des Herrn seit alle Zeiten mit euch und mit deinem Geiste. Friede mit euch, Friede mit mir, Jesus, zum Frieden bitten wir. Friede mit euch, Friede mit mir, Jesus, zum Frieden bitten wir. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. Lachen Gottes, du gibst, ich blieb, die Sünde der Welt, wer alle lieb, die Sünde der Welt, wer alle liebt uns an. haben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahin gegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne uns und mache uns bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht ihm in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Gefließend sei der Barmherzige Götter, voll und langfristig in die Ewigkeit. Gefließend sei der Barmherzige Götter, voll und langfristig in die Ewigkeit. Gefließend sei der Barmherzige Götter, voll und langfristig in die Ewigkeit. Gefließend sei der Barmherzige Götter, voll und langfristig in die Ewigkeit. Gefließend sei der Barmherzige Götter, voll und langfristig in die Ewigkeit. Gefließend sei der Barmherzige Götter, voll und langfristig in die Ewigkeit. Gefließend sei der Barmherzige Götter, voll und langfristig in die Ewigkeit. Gefließend sei der Barmherzige Götter, voll und langfristig in die Ewigkeit. Vielen Dank.